Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Freizockt, Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Wir sind hier auf der tollen Übersichtsseite der Zentrale, die uns anzeigt, wo wir überall Fehler haben. Hier haben wir zum Beispiel, dass wir spielfrei haben und dann ein Freundschaftsspiel ansetzen könnten. Darauf möchte ich gerne verzichten. So, außerdem haben wir nicht in allen Bereichen top Leute, aber alles andere ist mittlerweile grün. So, internationaler Wettbewerb ist unser Liga-Ziel. Wir sind momentan SIP-Platzierter, also sieht es gar nicht mal so schlecht aus. So, wir haben jetzt fast zwei Wochen Zeit, uns hier mal um die Belange der Mannschaft kümmern zu können. Er ist nicht spielbar. Ja, irgendwie habe ich was gelesen. Ich bräuchte einen Anwalt, damit der dann die Berechtigung kriegt, in der Liga irgendwie mitzuspielen. Sportrecht, Arbeitsrecht, super. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen verpflichten kann. Ja, das ist mal mir klar. Ich habe gar nicht so viele Plätze für Arbeitnehmer, wie ich bräuchte scheinbar. Also, keine Ahnung. Dann muss man auch irgendwie anders zu uns kommen. Kann doch nicht sein, dass das nur darüber geht. Woher setzen wir die Mitarbeiter fest? Das ist ja auch nur ein Level 4, das Gebäude. Für 300.000 können wir es ausbauen, dann können wir einen mehr einstellen. Hört sich gut an. Bauen wir mal. Kann sich ja nur im Jahre handeln. 26 Tage bauen die das aus, okay. Hört sich gut an. Nehmen wir mit. Ja, fast volles Stadion gegen Atletico Madrid. Alter. Das wird voll, würde ich sagen. Das soll trotzdem hinhauen. Ja, im letzten Spiel hier gegen die haben wir leider nur 5.000 eingenommen, obwohl wir mehr. Ja, okay. Wir haben die Gastronomie-Kosten erhöht und die Einnahmen gesenkt. Gut. Ja, das macht Sinn. So verdient man Geld. So, für die Stadionhefte, da haben wir ganz gut verdient, aber nicht alle verkauft. Macht auch Sinn. Und die Toilettenkosten sind natürlich auch erhöht. Nur 5.000 umgesetzt. Ist natürlich nicht ganz so gut, wenn man da nur 5.000 umsetzt. Dann machen wir mal nur 7.000 Stadionhefte und machen da mal eine Gastronomie weg. So. Dann, was haben wir dann noch Schönes? Ja, die erste Mannschaft, wie gesagt, das ist unsere große Baustelle, die wir zurzeit haben. Die Jugend sieht noch ganz gut aus. Das dauert noch ein bisschen, bis da wieder neue Spieler dazukommen. Trainingspläne haben wir, glaube ich, sogar schon festgesetzt. Teamdynamik sollte eigentlich langsam ein bisschen besser aussehen. Immerhin haben wir ja hier einigen Leuten die Gehälter erhöht, was zu heftigen Diskussionen geführt hat. Einer hat immer noch unfaire Gehälter. Der hier verdient es doppelt von ihm. Ich kann es verstehen, dass das ihn hier nicht wirklich freut. Aber Gott, so ist das. Müssen wir einfach durch. Ja, 5,4 Millionen haben wir noch im Gehaltsbudget. Da können wir natürlich noch ein bisschen mit arbeiten. Mal gucken, was wir da noch bei rumkriegen. Transfermarkt. Wie sieht der eigentlich aus? Gibt es momentan irgendwie Spieler, die gut sind, talentiert sind, keinen Verein haben? Jetzt kommt der hier um die Ecke für 1,82 Mille. Hätte man mal vorher wissen müssen, ne? Hätte man den mal kaufen können. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir einen, der nicht spielen darf. Ist natürlich auch super. Das braucht man. Ja, wer so Geschichten macht, der braucht dann auch keine Feinde mehr. Nee, das macht alles schon man selbst gegen sich selbst. Gut, damit wir hier die Boni mitnehmen können. Nee, wobei, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht. Also lassen wir es einfach mal da liegen. Es kann immer mal wieder was kommen, wo es kritisch wird. So, wir müssen trainieren natürlich für unseren Marathonlauf. Und ich wurde gefragt, ob ich in der Familie meiner Partnerin mal einen Heiratsantrag machen könnte. Können wir. Aber sie will zurzeit nicht. Ja, so ist das manchmal. Sie will zurzeit nicht. Ähm, ja, ich glaube, wir schenken ihr was. Sie war ja ganz lieb. Macht keinen Stress. Und, ähm, verursacht keine Ausgaben irgendwie. Ja, also, äh, es scheint hier wirklich so zu sein, je schlechter das Ausgabenverhalten ist, umso weniger Geld gibt die aus. Was super ist. So, wir haben 1,1 Millionen und wissen nicht, was wir damit tun sollen. Also, kaufen wir uns mal ein Haus. Kleine Villa wäre ganz nett. Und, äh, unglaublich. Und, äh, können wir nicht groß machen. Müssen wir besitzen, dass wir es groß machen können, ne? Tolle Apartments. Plattenbausiedlung. Ähm, großes Wohnhaus. Haus im Grün. Ja, Haus im Grün wäre vielleicht von Anfang auch mal nicht schlecht. Das könnte man mal kaufen. Da sind wir die Miete los. Haus zum Wohnen kaufen. Ja, super. Haben wir ein Haus zum Wohnen gekauft. Das sollte wieder Punkte geben, normalerweise. Ähm, Manager-Punkte oder so irgendwie was. Ähm, keine Ahnung, ob das sonst noch irgendeine Auswirkung hat. Ich glaube, die monatlichen Fixkosten bleiben gleich. Darauf dürfte es sich eigentlich nicht auswirken. Obwohl es, naja, gut. Man kann sagen, die Miete ist weg. Dafür hat man Unterhaltskosten. Wie auch immer. So, wir machen mal ein Häuschen weiter. Denn wir müssen uns vorbereiten auf einen Marathon, den wir bald laufen. Und, äh, müssen natürlich auch die Zeit nutzen hier, ähm. Oh, der unterschreibt seinen neuen Vertrag hier. Drei Jahre bei uns. Ist er jetzt immer noch schlecht gelaunt? Naja, er ist nur noch verstimmt. Weil er verdient ja jetzt noch mehr Geld. Dafür ist er langfristig gebunden. Und, ähm, auch ihn können wir eigentlich, ach so, genau. Das wollten wir ja mal gucken, ob die hier als Spiele gezählt werden. Haben die Spiele gemacht? Nein. Einsätze null. Das ist doch zum... Die spielen doch. Die haben doch hier eine Liga. Äh, wo ist es? Die haben doch hier eine Liga. Die haben doch drei Spiele gemacht. Warum werden die nicht als Spiele gezählt? Ja, dann kann das auch der andere Kasper machen. Und, äh, wir können unsere erste Mannschaft, äh, mit, äh, jungen Talenten aufwerten. Dann kann der hier auch Torwart spielen. Dann können wir den da wieder in die erste Mannschaft nehmen. Äh, da haben wir wenigstens mal ein paar Ersatzspieler. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ähm, dann haben wir natürlich ihn noch. Da ist jetzt auch die Frage, ob wir den dann, äh, in die erste Mannschaft packen sollen, damit wir den dort mit aufbauen können. Oder hier den, den Kollegen, ähm, Sens, oder wie er heißt. Also, die richtig hochtalentierten Spieler müsste ich dann eigentlich mit in die erste Mannschaft nehmen. Weil, die spielen ja hier sowieso nicht. Und wenn die hier sowieso nicht spielen, ähm, habe ich jetzt einen falschen Hof verschoben. Alle Leute mit richtig Talent verschiebe ich jetzt in die erste Mannschaft. Damit die wenigstens ein gescheites Training kriegen. Ja, so, den Rest machen wir hier automatischer Aufstellungsassistent. Dann reicht auch die Gurkentruppe. Jetzt erstmal gucken, habe ich da irgendwen? Das sind alles Leute, die Mods Talent haben. So, die fühlen sich jetzt schon mal aufgewertet. Und jetzt haben wir auch das Problem los. Ähm, also jetzt haben wir auch Spieler, die wir dann mal einwechseln können. So, am Zuma. Also zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung. Wenn wir ein Freundschaftsspiel zum Beispiel machen. Was wir ja nicht tun. Äh, macht Sinn. Irgendwie. Wie, naja, wie auch immer. Ähm, wir könnten jetzt zum Beispiel mal hingehen. Wir könnten Francescao, könnten wir mal auf die Bank setzen, dass er eingesetzt wird. Und uns vom Willi so langsam geistig verabschieden. Ähm, der Wellington, ja, auch von dem müssen wir uns langsam geistig verabschieden. Aber die sind halt noch nicht so weit, dass wir die wirklich aufstellen könnten. Das ist halt so das Hauptproblem hier. Äh, ich bin aber überlegen, ob wir die verleihen sollen. Das können wir natürlich auch noch machen. Das machen wir auch, ähm, ähm, irgendwie, äh, versuchen wir das mal. Ähm, 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 äh, Spiele anbieten, ähm, zur Leihe. Für, äh, 80.000. Ja. Ähm, mal gucken, ob wir da jemanden finden, der die leihen möchte, diese Talente. Die sollen, ähm, mal so für ein Jahr sollen die mal irgendwo Erfahrung sammeln, um halt besser zu werden. Gucken, ob das gut geht. Ob das hinhaut. Ähm, ja, gut, der hat natürlich jetzt einen beschissenen Marktwert. Wenn wir da 5%, äh, 10% vom Marktwert nehmen, kann man 45.000 den zu leihen. Das macht natürlich die Kassen nicht voll. Aber ich meine, wir wollen ja, dass die Jungs Spielpraxis sammeln. Weil das sind ja hochtalentierte Leute, ja. Das macht ja keinen Sinn, die auf der Bank hier verschimmeln zu lassen, weil wir die nirgendwo einsetzen können. Macht ja, macht ja so überhaupt keinen Sinn. Vielleicht finden wir ja den Abnehmer in der 2. Liga oder so. Ich weiß ja auch nicht. So, die bauen wir ja selbst auf. Fabrice hat, äh, schon Hammer-Tor gemacht für uns in der Liga mit, äh, Stärke 65. Also im Zweifelsfall, wenn wir die nicht verliehen kriegen, gucken wir uns, äh, mal denen ihre Talente an, ähm, wo die gar nicht mal so schlecht sind. Und, äh, wenn wir dann hier in den Talentbereichen noch ein bisschen zulegen können demnächst, ähm, dann können die vielleicht auch mit schwächerer Stärke auf dem Platz auflaufen. So, ähm, privater Bereich müssen wir natürlich wieder hier Lauftraining machen. Dann machen wir ganz schnell mal einen Tag weiter, denn irgendwann hier muss ja auch noch der Marathon kommen. Und ich würde ganz gern, oh, da gibt es schon Angebote. Ähm, jetzt ist die Frage, was haben die für Torhüter? Hm. Die suchen im Prinzip einen Ersatz-Torhüter, wenn ich das richtig sehe, und, ähm, haben da keinen gescheiten. Und das wäre Erste Liga. Das macht natürlich wenig Sinn. Auf der anderen Seite, ähm, na, wohl hier könnte unter Umständen, ähm, ne, da wird es sogar noch kritischer. Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, die gehen in der Hälfte der Saison bis Ende der Saison. Ich will, dass die spielen, damit die besser werden. Weil der ist ja eigentlich besser. Was der braucht, ist Erfahrung. Erfahrung, Selbstvertrauen. Was hat ein Real Saragossa? Das ist doch bestimmt eine Mannschaft, die ist, äh, ne, die ist zwar da hinten, aber die hat auch gute Leute. Mal gucken, was die so im Tor stehen haben. 73er. Ach, das ist aber auch ein Ärger, ist das. Warum kommen da keine Zweitliga-Mannschaften? Jetzt demotivieren wir ihn richtig, wenn wir das alles ablehnen. Das macht natürlich auch Sinn. Hat schon die Nase voll vom aktuellen Verein. Ah, das ist jetzt ganz schlecht gelaufen, was ich hier mache. Das ist jetzt ganz schlecht gelaufen. Das ist, ah, ist das grausam. Das tut mir weh. Die haben alle so gute Leute. Warum wollen die, die leihen, wenn die so gute Leute haben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum die, die leihen wollen. Innenverteidiger, ja, bei Mallorca. Mit Stärke 61. Hallo, gucken wir ins Team. Innenverteidiger 72, 69 und 67. Die haben bessere Leute und wollen den leihen. Warum? Damit sie ihn auf die Tribüne setzen können. Das könnte er auch bei uns. Da wechseln wir ihn ja häufiger ein, wie die. Warum kommen da nicht Clubs, die die einsetzen können? Warum kommt da nicht ein Schweizer Verein oder sowas? Ah, Mann. Wenn wir das jetzt alles ablehnen. Ja. Super, das habe ich gigantisch gemacht. Da will ich sie anbieten und dann lehne ich alles ab. Aber es macht keinen Sinn. Da sind keine Vereine dabei, wo die wirklich spielen könnten. Und da macht es keinen Sinn. Da macht es einfach keinen Sinn. So, Ablöseverhandlung. Gescheitert, gescheitert. 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 Und gescheitert. Und die Stimmung von den Jungs ist dafür jetzt richtig im Arsch. Nö, geht sogar. Ich habe gedacht, die wären jetzt richtig sauer. Da setzen wir lieber wir die ein. Macht ja gar keinen Sinn. Die an welche zu verleihen. Die, die auf die Tribüne setzen. Hallo. Da können sie auch bei uns auf der Tribüne sitzen und eingewechselt werden. So, weiter geht's. Die nächsten wollen die. Aber auch die sind ja nicht stark genug. Das sind auch immer die gleichen Clubs, die irgendwie alle Spieler von uns holen wollen. Aber die eigentlich die Spieler nicht gebrauchen können. Das hier wäre vielleicht sogar, oder? Innenverteidiger. Nee. Nee. Das Schlimme ist, die können die überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wenn die die gebrauchen könnten, würde ich sagen, supi. Aber wenn die die nicht gebrauchen können, was wollen die dann mit denen? 65-60. Das hört sich interessant an. Das hört sich interessant an. Das ist auch die zweite Liga. 65-60. Kein Ersatzspieler auf der Bank. Und dann haben sie hier unten noch zwei Innenverteidiger, die... Der eine darf nicht. Der hat keine Spielberechtigung. Und der andere, der ist starke 63. Und die fragen an, ob sie den hier kriegen können. Der... Könnte man drüber nachdenken. Da könnte man dann wirklich drüber nachdenken. Weil was machen die hier? Was sprechen die Innenverteidiger? 65-65. 65. Weil, ich meine, die müssen natürlich auch spielen. Wenn die nicht spielen, dann macht das keinen Sinn. So, also da brauchen wir schon mal nicht. Da brauchen wir schon mal auch nicht. Und da brauchen wir schon mal auch nicht. Ah, ist das ein Drama. Ja, es wird Zeit, dass wir da irgendwie Leute kriegen. So, internationale Nominierung. Mustavi für die Schweiz. Das akzeptieren wir, dass der für die Schweiz spielt. So, der fällt aus wie ein Pluterguss. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass die Jungs demotiviert werden, weil wir alles ablegen. So, Mustavi ist jetzt erstmal hier auf Länderspiel. Komischerweise nur Mustavi. Wundert mich ein bisschen, weil... Ja, für die letzte Seite gibt es hier noch keine Einigung mit Ruiz. So, wir brechen dann doch alle ab. Die Vereine, die sind einfach... Die sind einfach nicht... Ich weiß auch nicht. Also... Das hier wäre vielleicht noch... Das wäre vielleicht noch so ein Kamerad, wo ich sagen würde, jawohl, ja. 25.000, bei dem ein bisschen Spielpraxis sammeln. Besteht zumindest die Chance, dass er mal eingewechselt wird. Ne. Wir kümmern uns einfach selbst um die. Wir bauen die selbst auf. Da sind keine Vereine dabei, wo ich sagen würde, jawohl, ja. Das macht Sinn. Mit denen können wir arbeiten. Das sind hervorragende Mannschaften. Die bauen unsere Spiele auf. Ist einfach nichts dabei. So, dann haben wir hier ein... Auch nicht so wirklich. Ne, wollen wir auch nicht. Ja, wir tun uns ein bisschen schwer hier bei so Entscheidungen. Aber das liegt auch daran, wir kennen hier die Bedingungen nicht so wirklich. So, hier haben wir wieder neue Spieler nachgekriegt. Und wir stellen fest, es ist nichts gebraucht, äh, nichts Brauchbares dabei. Deshalb müssen wir die alle wieder rausschmeißen. Das ist auch super, ne? Ein wöchentliches Rausschmeißprogramm. Ähm, dass man hier, also normalerweise, wenn das wirklich so gewollt ist, dass die Entwickler sagen, okay, man kann der... Also, nicht, dass wir mal einen heimschicken können oder so, sondern man kann das wirklich nutzen, um sich hier Jugendspieler zu farben aus der Umgebung. Äh, da frage ich mich, warum es nicht unten so einen Filter gibt, nach dem Motto, automatisch alle heimschicken, die nicht das Talent und die Stärke haben. Ohne Witz, wird die Arbeit erleichtern. So, wie sieht's hier aus? Ähm, rechtes Mittelfeld, haben wir keinen dabei. Rechtsverteidiger, haben wir einen dabei, der schlechter ist, wie den, den wir haben. Ja, sieht danach aus, also ob wir die auch alle heimschicken. Hause schicken. Hause schicken. Nach Hause schicken. Und nach Hause schicken. Und nach Hause schicken. Und den natürlich nach Hause schicken. Und weil's so schön ist, schicken wir den auch noch nach Hause. So, da sind's wieder alle weg. Ähm, ja. Die haben dann doch mal unentschieden gespielt und stehen auf Tabellenplatz 14. Und die haben auch einmal unentschieden gespielt und stehen auch auf Tabellenplatz 14. Ja, ist ja hervorragend. Es läuft, Leute, es läuft. Ähm. Einfach grandios, wie das läuft. So, Training läuft. Karriere, äh, was müssen wir für Marathon trainieren? Wir laufen ja bald den Marathon. Ich bin gespannt, ob wir den schaffen. Keine Einigung wegen Victor Ruiz. Ja, ich krieg wohl, ähm, so wie ich das hier mach, kriegen wir das wohl nicht durch. So, ähm, Schweiz gegen Niederlande 1 zu 0. 88. Minute macht Mustafis Tor. Wunderbar. Wurde ausgewechselt nach seinem Torschuss. Und, ähm, hat Note 3,5. Ja. Nie so wirklich toll. So, Datenbank aktualisiert. Und dann haben unsere Leute, äh, unsere Kontakte in Thailand neue, neue Talente aufgetan. Ähm, die sind so grandios, da sind Dallis, die hier gar nicht auftauchen. Auch super. Da müsste ich die Filter wahrscheinlich runterdrehen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Weil, was soll ich mit Thailändern, die keinen Fußball spielen können? So, ähm, ja. Ja, da haben wir dann den 14. Prozenten und, ähm, ja, ich glaube, somit die 2 Wochen hier durchkeulen. Wir haben jetzt so viel Action gemacht, dass wir die 2 Wochen gar nicht durchkeulen können. So, Mustafi ist wieder zurück. Das ist schön. Hat ein bisschen frischer eingebüßt. Mittlerweile ist Taffa auch fit. Schön hat er sich mal begnügt, ein bisschen fitter zu werden. Was macht denn unsere Infrastruktur? Äh, in 20 Tagen ist er fertig. Dann können wir uns einen Anwalt einstellen. Wichtig. Wir brauchen einen Anwalt. Tja. Einmal Autosave. Dann sind wir wieder montags. Und ich habe, wie gesagt, die Woche irgendwie so viel gemacht, dass jetzt schon wieder 21 Minuten rum sind. Den müssen wir nochmal nominieren. Der haut nochmal ab. Angebot für den wurde abge... Wieso abgelehnt? Ein Angebot von Benfica Lissabon. Für den wurde wegen einer zu geringen Ablöse automatisch abgelehnt. Was hat denn der für eine Ablöse eingestellt, der Kollege hier? Äh, die haben weniger wie 4,5 Millionen geboten, obwohl der einen Marktwert hat von 4,9. Und wieso steht die Forderung denn auf 3? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Minimale Ablösung auf Marktwert. Forderung auf Marktwert. Und Forderung erhöhen. Warum steht der denn bei 3 Millionen? Jetzt. Jetzt haben wir es. Ja, und das haben sie trotzdem nicht geschafft zu bieten. Das ist ja Wahnsinn. So, sie haben den Marathon in Berlin erfolgreich absolviert. Ihre Zeit belief sich auf 3 Stunden 30 Minuten. Cool. Wir waren 100% fit. Glaube ich. So, dann haben wir hier Scouting wieder in Spanien abgeschlossen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir da momentan scouten, weil wir brauchen hier eigentlich niemanden. Wir können auch keinen verpflichten. Und überhaupt und generell, wir haben Spieler, die nicht spielen dürfen. Und alles befindet sich etwas im Chaos. Habe ich so einen Eindruck? Keine Spielberechtigung. Aber da muss normal noch was kommen. Ich meine, die machen doch kein Transferfenster. Macht doch gar keinen Sinn, dass ich da jetzt bis Januar warten muss. Naja, wie auch immer. Ich sage an der Stelle jetzt, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe. Ich habe es nicht geschafft, in 20 Minuten zwei Wochen da durchzuklickern, weil einfach zu viel zu erledigen ist. Deshalb sage ich an dieser Stelle einfach, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Herr Nick, weil zockt Fußball, wünscht der 13. Mikromanagement. Dann werden wir weiter hier unsere ganzen Einstellungen machen. In der Hoffnung, eine erfolgreiche Mannschaft zu formen, die dann das nächste Spiel vielleicht gewinnen kann. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir da tabellenmäßig wieder, naja, ich sage mal, zumindest in die Zielregion kommen. Wir sind in der Zielregion, aber noch ein bisschen mehr dran an die Zielregion kommen. Das wäre cool. Naja, bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.